dann die drei zahlen der richtigen wenig hier im adventskalender oder mathe unterricht habe ich meinen schädel raucht jetzt schon seine richtigen seite aufeinander und schon hast du die lösung des ersten tals viel erfolg das ist ein witz oder einen flaschen guten tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal in dem heutigen video werde ich mal den griefer games adventskalender anspielen da ich ja aktuell noch unterwegs bin geht das dementsprechend nur am wochenende und ich habe hier schon eine karte bekommen sogar zweimal weil ich ein echter gangster bin wir haben mich hier auch dreimal also zweimal dieselbe karte einmal noch für die ein bisschen auf der seite liegen wollen und wir müssen jetzt erst mal zum türchen 1 wir haben heute den dritten dezember aber fünf tage kann man die türchen machen so wie ich das gelesen habe so erst mal schauen wo ist denn hier überhaupt die 1 bin wahrscheinlich blind ich sehe sie gar nicht ach direkt neben dem sword das ist ja praktisch jetzt die frage welcher ausgang ne perfekt es gibt einen ausgang warum sind hier barrieren bitte lassen sie mich heraus nur die nummer eins hier ist danke was was für ein cracked account hast du den account gestohlen ja dann hast du kein cracked account hier haben wir numero uno was steht denn hier hallo mit deiner neude findest du drei kleinere rätsel du musst das item den blog in der mitte zu einer der beiden seiten zu ordnen hast du musst ein item oder ein blog in der mitte einer der beiden seiten zu ordnen das item oder der blog hat eine gemeinsamkeit mit allen items blöcken einer seite addiere dann die drei zahlen der richtigen wenig adventskalender oder matheunterricht habe ich meinen schädel raucht jetzt schon seine richtigen seite aufeinander und schon hast du die lösung des ersten tals viel erfolg das ist ein witz oder ich habe jetzt schon nicht verstanden was machen soll ok ich muss etwas in der mitte zu ordnen rätsel nummer eins ok das gehört ja hierhin das logisch und es passiert nichts das ist sehr gut und die ender chest würde ich jetzt auf die linke seite er tendieren hier passiert überhaupt nichts lassen dass die stufe dann mache ich immer hier ach so lol moment mal 123 perfekt mein kalender ist runtergefallen einmal will mich das plugin mobben oder was wird das hier verstehe ich nicht wusste ob sie hier dreimal drücken das auf jeden Fall einmal richtig das würde ich hier sagen und jetzt hier wie das war nicht korrekt ist nicht mobben dann gehe ich jetzt mal hier hin und jetzt sage ich hier hin das war richtig wirst du mich verarschen das ist ein witz oder was hat das sind hier egal das war die richtige lösung du hast ein paket erfolgt abgeschlossen du hast ein geschenk erhalten ja jetzt ist nur die frage wo ist das geschenk ne nummero zwei müsste dementsprechend hier hinten sein da haben wir es auch schon suche die tipps um den weg in das geschenk zu kommen suche doch als erstes beim tannenbaum suche die tipps um den weg in das geschenk zu kommen ist geschenk zu kommen ja ich nehme einfach eine spitze und dann bin ich drin am tannenbaum soll ich suchen suche den blauen sessel oh mensch wo wird der an der blaue sessel nur sein oh hier sind ja leitern wie unauffällig ich krieg dich da haben wir die nächste leiter hinweis aufgabe geht zur kerze ich möchte das buch mitnehmen die kerze die ist da oben da machen wir einfach mal slash fly soll ich jetzt die bude abfackeln ne suche die steckdose steckdose eine steckdose ist das eine elektrokerze oder was und was ist das hier ist dass der stecker wird der illegal stromform nachbarn abgezapft oder ich höre leitern aha was ist das denn hier so schönes ach ich ja okay man könnte meinen das wäre der eingang ein jump and run ob sich das so gut mit jesus machen lässt moment mal ein bisschen kann man ja hier schon schummeln komm ich und geh doch mal weg ich komm sag mal ich möchte doch einfach nur sagen sie mal entschuldigen sie ich müsste hier durch ich bin arzt so ja gering fall auch kacke oh mein jotz so was haben wir hier wage einen großen sprung okay moment mal ein groß heche wie was für einen großen sprung ja zeigt er mir einfach gerade die lösung was bist du denn für ein kunde was du bist ja ein richtiger ehrenloser gangster da machen wir mal wandertag wo muss ich einen großen sprung wagen naja groß war der jetzt nicht haben die mich verarscht ah ich glaube das war falsch aber moment mal ich sollte ja ins geschenk reinkommen muss ich da jetzt rein oder aber moment mal hier ist ein eingang aber ich wurde nicht verarscht das ist doch schon mal gut du hast das zweite paket erfolge abgeschlossen du hast ein geschenk erhalten mensch ich fühle mich ja hier schon wie der grinch unter der 9 und 10 da müsste ja hier die 3 sein ja wo ist denn hier die 3 ist jetzt hier hinten ne ach hier ist die 3 perfekt so was haben wir hier dem rentier vom weihnachtsmann fehlt eine glocke jan soll sich eine neue kaufen kannst du sie finden und sie zu mir bringen am besten fragst du mal beim rentier selbst nach ach moment mal hier lebkuchen rentier oder was hey du ach so dass die glocke was haben wir hier herrent hier hey wir haben hier schon alles abgesucht vielleicht hilfst du was hilft dir der elf in der nähe des wasserfalls ein wasserfall ein geiles war hier noch geocaching wir rennen einfach mal der masse hinterher sie werden uns schon zur lösung führen oder auch nicht moment mal hier soll das ja ein wasserfall darstellen ich glaube eher weniger obwohl gut jetzt ist es vom prinzip her ein wasserfall jetzt muss mir aber noch mal die frage durchlesen wem sollte ich ein elf moment mal das sind doch hier alles elfen redet mit mir excuse me ich brauche eine lösung schnell hurry up hurry oder curry irgendwas von beiden schnell fbi open up zwei minuten arbeit nice hören sie mal bitte auf zu schummeln curry ach da ist ja der curry typ moment mal der kann mir doch bestimmt helfen ach moment mal hier geht es rein sich gerade das ist ja ali hallöchen wenn ich sie nicht gefunden hätte hätten wir jetzt ist das hier ein hinweis schau dir die karte über dem kamin an der goldene kreis auf die karte zeigte den elf der die glocke zuletzt hatte was der goldene kreis dass der goldene kreis okay die karte kann ich glaube ich komplett vergessen der elf moment mal wo mir jetzt kurz mal screenshotten und renne ich gleich 50 mal über markt das wäre ein bisschen semi professionell so mache ich mir das hier oben auf und dann vermöbeln wir mal den elfen der grad ehe mit uns nicht geredet hat wo wir brauchen ein mit einem dach was ein x markiert einmal neben dem blauen auf der map gibt gar kein grünes ach doch moment mal die meinen wahrscheinlich den hier doch ach perfekt bin ich ein held hey meine freundin am glockenturm war ich sehe ich wie mädel aus oder was ich identifiziere mich als divers hey meine freundin am glockenturm weißt du wo die glockenturm gehen wir einfach mal den weg nach oh ein glockenturm was ein zufall ein aufzug wie praktisch ja ich hatte die glocke aber der böse cringe hat sie mir gestohlen hey ich war doch überhaupt noch gar nicht hier er befindet sich irgendwo im berg links von uns da hat jemand einfach meinen namen geklaut das ist aber ich muss ja solmecke einschalten links von uns ja welches links denn willst du mich mobben oder was links von uns dann nehme ich einfach mal das links wo die tante steht kann hier mal der gärtner kommen ist ja schrecklich peter ich bin stolz auf dich ich habe ein großes geschenk anvisiert aber was wie war das ist warum ist denn hier alles voll mit barrieren hallo soll ich jetzt hier einbrechen oder was die sind im berg drin warum sind die moment mal hier ist das ist ja ein knast das ist ja wunderschön rezept glocken auflauf er bringt einfach einen auflauf mit ist auch genau selbe moment mal wie ist der natürlich daran ich habe ich habe mich echt kurz erschrocken gut was die glocke die zum ersten elfen gebracht werden soll die verkauf ich einfach auf ebay da bekomme ich bestimmt mehr so da sind wir ja wieder ja ich habe sie bitte sehr ich würde sie dir gerne geben aber du möchtest sie anscheinend nicht muss ich hier noch einen nobelpreis gewinnen oder aha zum renntier muss man sie bringen wir wurden einfach verarscht was denn das für eine scheiße äh ja hä zum zum renntier ja ok aber es wills auch nicht die sind alle abgehoben ihr wollt mich auch komplett mobben ihr macht mich fertig wenn euch das video gefallen hat lasst gerne eine positive bewertung da ansonsten sehen wir uns bei einem weiteren video nächsten dienstag um 15 uhr haut rein und ciao leute baby okay 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 okay